Wie hieß die Aufgabe? Wo ist die? Hier die, ne? Ja. Da ist ja ein Platz im Buschgauer. Ist ja schnell. Die Schwachen sehen sich immer als Helden. Egal woher sie kämpfen. Sie halten sich für Krieger. Aber das sind sie nicht. Sie sind Kinder. Diese White-Tail-Milics. Das sind keine Soldaten. Oh nein. Der Anführer Eli ist kein Held. Er ist ein Feigling. Sie sind nicht stark. Sie sind schwach. Und sie werden gejagt. Oh ne, ich weiß nicht, dass wir gejagt von dem. Das klatscht nix. Ich stelle wie ein Attentäter, oder? Ich stelle wie ein Attentäter auf mich, der mich direkt in 10 Sekunden platt macht. Ich schwindel und platt macht. Egal wo. Komm schon dran. Du solltest ihn jetzt sehen können. Gleiche Ansage. Rauf da und den Störsender abschalten. Okay, das sollte reichen. Eine Sekunde. Okay. Der dritte Störsender ist auf dem Truck. Im Süden. Auf der Straße südlich von dir. Wenn du dich beeilst, kannst du einen Hinterhalt legen. Hey. Hey. Du solltest ihn jetzt sehen können. Du solltest ihn jetzt sehen können. Gleiche Ansage. Rauf da und den Störsender abschalten. Okay, das sollte reichen. Eine Sekunde. Okay. Der dritte Störsender ist auf dem Truck. Im Süden. Auf der Straße südlich von dir. Auf der Straße südlich von dir. Wenn du dich beeilst, kannst du einen Hinterhalt legen. Hey. Hey. Was habe ich da gerade gemacht? Loll. Das gleiche. Du solltest ihn jetzt sehen können. Gleiche Ansage. Rauf da und den Störsender abschalten. Da muss ich da echt drauf. Okay, das sollte reichen. Eine Sekunde. Okay. Der dritte Störsender ist auf dem Truck. Im Süden. Auf der Straße südlich von dir. Wenn du dich beeilst, kannst du einen Hinterhalt legen. Shame. Der dritte Störsender ist auf. Wie schüsst 他 wird er. Au reise. Das gehört auch nicht. Busch einem. So Zerstört das Eigentum der Sekte und mir ist ganz guter, ne? Da kriegen sie sich nix von. So. Oh. Okay. Okay. Mach dich bereit, sie kommen. Okay. Okay. Oh Quatsch. Oh Gott. Alles klar. Okay. 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 Mach dich bereit. Sie kommen. Geil. Fahr, 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 fahr. Röh, fahr. Röh, fahr. Röh... Untertitelung des ZDF, 2020 Missed Weiss 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 Alles sauber. Uiti wird sich freuen. Die Leute, die seine Musik nicht mögen, vermutlich eher nicht. Vielleicht können wir ja doch noch an der Sache mit dem Vertrauen arbeiten. Ich habe an der Ruf-Stan noch mehr für dich zu tun, wenn du willst. Wir sehen uns. Hey. Oh, da ist der Trock. Oh... Oh... Ja, 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 ja. das ist eine fucking straße und sperre der fucking fucking straß sperre timmy burns 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 gleich lexen boo adams könnt mal hin oder? zum boo ins hin und her Der Bo, der gute Bo Adams. Ich biss mal durch die Strasse. Soll ich hier runter machen? Und dann? Eieieieiei. Ich rufte mal einfach mal auf. Ist ja gut. So, wo hat der mich hingeführt? Da fällt er zu. Da fällt er zu. Links. Und rechts. Ah, hier lang. Ah. Ah. So geht das. Ah. 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 Kommisch versteckt. Der Bo Adams. Ah. Wohin. Ich fahre ja schon nicht. Boah, scheiß Baum, ey. Scheiße, kann man umfahren. So, wie kommen denn da hin? Voll abgelegen. Wie kommen wir denn hier rauf? Geil. 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 Toll. Danke. Wo ist das Spiel jetzt hingenotzt? Geil, hier kann man. Ey, das ist doch grüner Weg. Aha. Bergsteigen. Hier. Hier wohnt er. Du bist ja weit weg von zu Hause, ne? Ich sehe dir sofort an, dass du kein Peggy bist. Sonst würde ich nur einen ganz anderen Ton anschlagen. Gut, dass du auf unserer Seite bist. Nenn mich Boah. Ich lebe von dem, was das Land mir gibt, solange ich denken kann. Ich habe im Lauf der Jahre viel Scheiße gesehen. Verbrechen, Korruption, Wahnsinn. Aber doch nichts wie Edensgate. Hat mich aber nicht verändert. Es ist nur eine andere Art des Überlebens. Nichts ist mächtiger als Mutter Natur. Aber man schlägt sie nicht. Man arbeitet mit ihr zusammen. In Zeiten wie diesen ist es nicht klug darauf zu bauen, dass Technologie dir den Arsch rettet. Ich sehe die Skepsis in deinem Blick. Ich sag dir was. Besorg mir ein paar Adlerfedern und ein paar große alte Leviatanknochen und ich bewege dir. Leviatanknochen. Was ist das? So, jetzt war erstes ein Squid Rocksäcker. Erstmal ausraubende Typen. Weil der Suspekt ist. Dann hat er aber auch nichts. Stimmt. Ihn haben wir aber gar nicht gemacht. Das wollte ich ja nicht machen. Scheiße. Das ist Wade aus dem Fangzentrum. Wade aus dem Fangzentrum. Dann machen wir das als nächstes. Der Bär. Das ist... Das ist Wade aus dem Fangzentrum. Was? Das ist... Das ist Wade aus dem Fangzentrum. Das ist Wade aus dem Fang-Zentrum. Die Peggys haben mal... Ah, hier. Du Schleimhaus, ne? Es tut mir leid, ich muss zu Kilo. Ich weiß, zwei. Ich weiß, zwei. Das ist so gut. Ein Fischmeer. Ah, hier. Ach, wir müssen den Fisch fangen. Naja, schade, dass wir alles kaputt machen. Ich glaube, wir haben eine, ne? Oder? Ja. Oh, ich habe deine Lektion fürs Leben. Bist du interessiert? Das war der Fisch. So angeschützt. Hä? Schuss auf Seed weiß nicht, wie man ihn angeht. Z. Ah, klar. Hätte mal gießen müssen. Ja, ich nehme den Fisch. Ich nehme den Fisch. Sieh. Ein Fisch. Ich nehme den Fisch. Sieh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nice, wir haben... Königsmix Hey, falls du den Lachs schon hast, ich hab gehört, Cheeseburger wurde in der Nähe von dem Linero Baubedarf gesehen Hier ist mein Auto ab Scheiße, geparkt Sooo... Oh, das ist mein Tick Das ist mein Tick Das ist mein Tick Und das ist mein Tick Das ist mein Tick Das ist mein Tick Das ist mein Tick Mein Kass Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Noch einer? Waren das alles schon? Was du auch machst, sei nicht schüchtern. Geh einfach da rein und gib ihm den Lachs. Der knuffige kleine Kerl wird ihn dir direkt aus der Hand fressen. Keine Sorge. Guck mal her. Oh, ich wollte er entspärfen. Ja, so ist... Hatte sogar so ein Cheeseburger. Ein... Ein Hamburger. Kragen um. Halt von oben. Cool. Jacob braucht diesen Bären für die Ernte. Oh. Shit. Was ist das für sie? Fass den Bären für den Vater! Okay, mach ich schon. Fass diesen Bären! Okay, 정도. I handleid da ja mach ich... Und? Hatta, ich verdammel! Ich bin los! Ich bin los! Ja! Ich bin los! Schöne dich! Lass den versandten Bären nicht entkommen! Nein! Wie konntet ihr Joseph Seed töten? Ist das euer Ernst? Alter, wie kam denn da noch? Junge, Junge, Junge. Da braucht er zwei Stunden bis zum Auge. Ah, toll. Jacob braucht diesen Bären für die Ernte! Fangt den Bären für den Vater! Ach, schieb der! Ja, was ist mit nem Partner? Film mir grad ein! Ja, schieb der Bären! Ja, schieb der Bären! Ja, schieb der Bären! Ein Pumor! Der verdammte Bär darf nicht entkommen! Die Brille wartet schon auf dich! Lass den versandten Bären nicht entkommen! Da ist der Typ der... Ich hoffe, ich vertrage ihn nicht! Verdammt! Hab gehört, dass du Cheeseburger gefunden hast! Solange er bei dir ist, weiß ich, dass es ihm gut geht! Denk nur bitte daran, ihn nicht mit Cheeseburgern zu füttern! Weil er Diabetes hat! Warum heißt er so? Hm! Das Recht, Waffen zu tragen! Guck mal, schießbar! Das ist... Wie hieß der nochmal? Weißt du, Deputy? Peaches! Wenn es nach mir ginge, wirst du schon lange tot! Aber Joseph hat eine andere Vorstellung! Und er möchte mit dir reden! Und genau das wirst du auch tun! Oh nein! Keine Sorge! Meine Jäger werden dich zu ihm bringen! Oh Mist! Er ist schon wieder hinter dir her! Sei lieber vorsichtig! Diese Jäger können überall sein! Du wirst gejagt! Und das beim nächsten Mal!